hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge house flipper wir nehmen unseren nächsten auftrag an wir kümmern uns jetzt ein bisschen um den garten das neue dlc und ich will das jetzt einfach mal testen das habe ich noch nie gespielt ich habe es mir heute beziehungsweise vor der ersten folge house flipper zugelegt und ja du kannst jetzt den garten gestalten und findest pflanzen in der kategorie garten im shop auf dem tablet schön herzlichen glückwunsch du hast das neue tool freigeschaltet da war die blume weg da auch alles nur unkraut pflanzen was pflanze die pflanze ein mandelstrauch okay mandelstrauch pflanzen wo ist der mandelstrauch mandelstrauch guck guck wo bist du ich komme schon wieder bäume ganz ehrlich hä ach naselstrauch bin ich bescheuert nadelhecke nade lecker nadelecker was wollen die für einen haben einfach nur nadelstrauch streue die decke einfarbiger kies Äh, hallo? Ein farbiger Kieße, äh, hä? Okay, das wird ein bisschen kompliziert jetzt hier und ich hab das halt, wie gesagt, noch nicht, äh, gespielt. Wir machen erstmal die Pflanze. Nadel. Hier gibt's so viele Nadelsträucher. Welchen soll ich nehmen? Hä? Äh, das... Pflanze die Pflanze ein Nadelstreu. Ja, toll. Streue die Decke einfarbiger Kies. Äh, Decken. Ach, hier. Ah. Oh lol. Aber wartet mal, ist das nicht... Oh, das war zweifarbiger Kies. Ups. Äh. Äh, 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 äh. Zweifarbig. Einfarbiger Kies hier. Ja gut. Kann ja mal passieren. So, und jetzt Nadelstrauch. Ey, ganz ehrlich, ich kurze jetzt hier irgendeins. Äh. Pflanzen. Nadel. Richtig? Nein. Oder? Mit Erde bedecken. Ja. Och Gott. Ja, Wesson. Okay. Äh, wir waren bei Feld 2, haben wir angefangen. Läuft. Alles weg. Raus mit dem Scheiß. Unkraut. Ha, Unkraut ist weg. Streue die Decke. Zweifarbiger Kies. Äh, oh. Äh, Pflanzen. Schnellere Pflanzen um 80%. Grimtabdebbs. Sichtbar hoher Wagen. Äh, äh. Wir nehmen jetzt einfach das. Ich weiß gar nicht, was das alles zu bedeuten hat gerade. Decken. Zweifarbiger Kies. Wir nehmen das. Das sieht schön aus. Das erinnert mich gerade voll an den Garten meiner Ex-Frau. Oh, ups. Äh. Äh. Hab nichts gemacht. Nadelstrauch. Schon wieder? Ist ja langweilig. Dann nehmen wir jetzt den hier. So. Äh. Da. Äh. Noch ein Loch. Äh. Beziehungsweise noch ein Spatenstich. Noch ein. Das ist ja langweilig. Alter Schwede. Äh. Äh. Die wollen es aber ganz genau wissen hier. Fertig. Unkraut weg. Ja. Unkraut weg. Unkraut weg. Ja. Da machen wir jetzt. Äh. Blau. Ich muss sagen. Ich hab hier ganz schön Ausgaben gerade. Aber ich krieg das Geld ja zum Glück wieder rein. Warte mal. Guck. Ich hab schon 1100 verdient. Schon wieder ein Nadelstrauch? Ernsthaft? Das ist ganz schön eintönig bei den Leuten hier. Äh. Nadel. Hier. Da. Mann, Mann, Mann. Aber wenn man den Dreh raus hat, ist das recht easy. So. Einfarbiger Kies. Okay. Erstmal hier. Unkraut weg. So. Einfarbiger Kies. Äh. Der ist hier unten. Dann nehmen wir roten. Kann ja ruhig ein bisschen farbenfroh sein hier. Mann, warum ist das auf einmal so klein? Okay. Okay. Äh. Hey. 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 Boah, da wirst du ja bekloppt im Kopf Wenn du das die ganze Zeit machst Mit so einem kleinen Feld Und wieder Nadelstrauch Ja, warum nicht Ihr seid so Ich sag nix dazu Ja, komm, wir kaufen jetzt das Ding Dahin, los Mach das Loch, Alter Ja, gut Ich muss ja nur das Geld verdienen Und die Arbeit erledigen So, 1700 haben wir bekommen Oder verdient Für diesen Scheiß Hier die Grafik hätten sie definitiv besser machen können Bisschen realistischer Die fließende Ja, da könnte man denken, dass das echte Fugen sind Aber hier Da müssten sie noch ein bisschen was an der Grafik machen Aber gut Aufgabe ist erledigt 1700 haben wir bekommen Errungenschaft erhalten Beginne Garten Das hört sich so dämlich an Aber machen wir bei uns hier gleich mal weiter Ah, ich hab hier einen riesen Garten Also Toi, toi, toi Hier könnte man gut was machen Ich muss ja gleich mal gucken Ob es hier ein Rasenmäher gibt Das wäre geil Ah, das Unkraut wegmachen geht auch recht easy hier Also Wenn man das überhaupt sieht Aber mit einem geschulten Auge Erkennt man das auch Ja So, jetzt Ich will gucken Gibt es hier ein Dings Schau Äh, hier verbessern Ich will einen Rasentraktor Oder einen Rasenmäher Ja Hm, schade Gibt es gar nicht Der Zaun fetzt Schade Ich dachte Hier gibt es so was schönes Ein Rasenmäher Oder so Aber hier gibt es ja gar nichts Das ist schade Da war noch Unkraut Schade Äh Ja Wir gehen erstmal in unser kleines buntes Häuschen wieder rein Ich kann Ich kann immer noch nicht Ja gut Das war es aber auch schon wieder mit der Folge Ich hoffe es hat euch viel mal gefallen Wenn ja lasst einen Daumen nach oben da Lasst Kommentare da und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video Bis dahin Bleibt entspannt Genießt den Tag Und Bye Bye Bis zum nächsten Mal.